Hallo und herzlich willkommen bei K-Infinity. Wir haben heute mal das erste Mal LOL auf unserem Kanal. League of Legends, ja, Starnas Lieblingsgame. Dabei haben wir einmal den Lockenlolly, stelle ich mal vor. Hallo, mich kennt man ja. Und den Voodoo, der beim letzten Podcast dabei war. Guten Tag. Ich habe ja sehr intelligente Sprüche von mir gegeben. Voodoo spielt heute. Der ist von uns, glaube ich, der beste LOL-Spieler. Nein, ich glaube nicht der beste. Ja, ich weiß. Also ich nicht, definitiv nicht. Also wie sieht es denn aus, taktikenmäßig? Taktikmäßig. Bis Level 6 nur farmen und dann auf die Fresse geben. Okay. Wie lange spielst du schon, Leute? Oh, hier mal ein richtig geiles Interview. Zwei, zweieinhalb Jahre. Okay. Da geht mir auch schon die Frage aus. Das ist total super, oder? Und wie lange spielst du denn schon League of Legends? Ich spiele in der Tat. Das kann man ja auch auf meinem glorreichen Kanal sehen. Meinen alten. Dessen nahm ich jetzt nicht mehr. Da war ich auch schon bei. Stimmt, da warst du auch schon bei. Ja. Ja, da habe ich, glaube ich, angefangen. Was nicht sehr schlau ist, dann anzufangen. Oh, hätte der Grab geklappt? Na, das hätte nichts gebracht. Also so ist das circa seit einem Jahr. Ich sehe gerade, der Blizzcrank hat den neuen WM-Skin. Der ist relativ... Apropos WM. Relativ neu seit zwei Jahren. Echt jetzt? Oh Gott, ich habe ja auf 1, 2, 3 Fähigkeiten liegen. Ja, ich glaube, das wäre ja der EM-Skin, genau. Freunde. Oh Gott. Denn gerade ist die WM. Guck mal das Thema mal anzusprechen. Ja, das ist schon die Überlegung. Habe ich auch alles auf Smartcraft? Ja, aber ich... Ja, passt schon. So, den kriegt er jetzt. Ist das dein Main-Character? Ne. Aber ich kann sie auch spielen. Gut. Gibt es denn einen, den du gar nicht spielen kannst? Ja, da gibt es tatsächlich Champions, die ich gar nicht spielen kann. Zum Beispiel? Da wären zum Beispiel mal Ramos, den kann ich überhaupt nicht spielen. Quinn kann ich auch nicht spielen. Okay. Um nochmal zur WM zurückzukommen. Griffin ist auch schwierig. Gerade wurde Spanien rasiert. Sehr hart rasiert. Von Holland. Von Verperse. Und Robben. Und Robben. Und Robben hat sie auch stark auseinander. Bayern-Spiel. Ach, welch Zufall. Ja, Bayern-Fanboy. Ey, zwei Bayern-Fanboys gleich hier. Ja, super. Auf unserem Kanal sind drei Bayern-Fanboys. Ein Dortmund-Hässlicher. Und... Ja. Ein, bis ich eine Klatsche bekomme. Geil. Und... Ja, und ein Fußball-Hasser. Der ist dann der Fußball-Hasser. Ach, der ist Starner, oder? Der Starner. Oder Allgau. Starner oder manchmal noch Allgau. Ja. Mein Gott, ey. Wie das hier abgeht gerade. Wir versuchen gerade ernst zu bleiben. Versuchen. Das funktioniert nicht. Die gute Laune am Start hier. Ich glaube auch. Nach dem Spiel ist man noch richtig... Nach dem Spiel gelacht bei diesem Spiel. Gleich läuft Chile gegen Australien. Ja, ein Klassiker. Freunden wir uns auch schon drauf. Läuft nur 20 Minuten übrigens an. Genau. Also, Marine. Ja, ich versuch... 20 Minuten, dann... Versuchst es schnell zu gewinnen. Dann muss der Spiel vorbei sein. Noch 0-0. Also, gar nicht wahr. 0-1. Aber du stehst nur noch 0-0. Ich bin gerade extrem scheiß im Last-Hitten. Ja. Was sagst du denn zum neuen... Was haben wir noch? Das Rift-Dingsbombs. Das finde ich... Das Waldkopf. Das sieht sehr, sehr gut aus. Allerdings ist es... Finde ich... Sieht das Dota zu ähnlich. Da hätten die vielleicht... So ein bisschen... Ja, da habe ich noch nie so gesehen. Ich habe mal einen Key gewonnen bei irgendeinem YouTuber. Aber ich habe doch nicht angeguckt. Dota 2 letztlich mal gespielt. Und das ist echt... Ich finde es persönlich nicht so gut. Weil ich irgendwie die Einstellungen gar nicht gefunden habe. Und generell total überfordert damit war. Ja, ich glaube, großartig unterscheiden die sich da auch nicht, oder? Nee. Das ist ja MOBA halt ganz normales. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Wobei, ich finde, dieser Comic-Look... Bin ich jetzt... Es gibt irgendwie so viele Spiele... Wenn ihr die E3 gesehen habt, ne? Kleiner Link auf unserem Podcast. Da sind so viele Spiele angekündigt worden mit diesem Comic- oder Selfshading-Looks. Na, wird irgendwann zu viel. Aber noch ist es okay. Insgesamt ist es noch ganz gut. Allerdings finde ich es auf Dauer auch ein bisschen nerven. Das stimmt schon. Ja. Ich hasse diese Riven. Es nervt einfach tierisch. Aber groß unterscheiden die sich da jetzt auch nicht, oder? Ja, jetzt. Akali und Riven. Ja, so vom Stil her. Na, relativ eigentlich. Das Problem ist, wenn mein Gegner CC hat, das heißt, wenn sie irgendwie Stunts, also Betäubungen hat, oder irgendwie Verlangsamungen, ist einer Akali ziemlich am Arsch. Kann die relativ wenig machen. Kann halt sehr, sehr krass austeilen. Aber sie steckt halt auch sehr, sehr schnell ein. Das ist das große Problem. Ich hasse diese Riven. Komm her. Das ist allerdings auch mit dem Farm, ist die nicht unbedingt besser als ich. Das wundert mich gerade auch ein bisschen. Okay. Weil es als Riven eigentlich sehr, sehr einfach ist, zu farmen. Das Gute ist, das sehr, sehr Gute ist einfach, dass ich mit Level 6 einen gewaltigen Vorteil gegen die Riven habe. Also, die beiden grinsen hier wieder. Ich habe eine gute Laune. Hättest du mal schon fast verkackt? Ja, ein bisschen Humor. Oh, jetzt seht's aber, ne? Das ist aber jetzt schwach. Ja, komm, halt die Schnauze. Ich darf eigentlich gar nicht sagen, weil... Ich weiß. Ich bin ein recht großer Mut noch. Aber ich bin noch nicht mehr Level 30. Von daher... Ja, das ist ja das Maximale. Also jetzt bin ich Level 6. Jetzt versuche ich erstmal meine 6 Aufladungen. Drei. Ja, drei Aufladungen. Okay, auf meine Ulti zu bekommen, damit ich sie... Ja, schöner Lasse. Damit ich die Riven auch auseinandernehmen werde. Ich glaube, ich kann sie jetzt hier töten. Oh, da wird wieder im Sidechat schön Englisch geredet. Dass auch jeder versteht. Das ist ja toll. Dann ist ja Franzosen. Sie dürfte tot sein, wenn sie dann kommt. Ja, ein Kür ist doch Französisch. Elaskin. Ich geh jetzt aber lieber weg. Don't speak retard, sorry. Ich geh jetzt lieber zurück in die Base und kaufe mir lieber was. Kann man nicht überhaupt? Was ist die Entfernung? Ich glaube schon. Also man sollte eigentlich mit dem Mikro alles vom anderen Ende des Raums sein. Vielleicht hat man auch noch mit Chips gemampfen am Ende. Naja, das glaube ich nicht. Naja. Ja, hier ist... So, jetzt habe ich mal eine Gunblade. Das heißt, ich habe... Hast du das in deinem Unboxing-Video... Zaubervampir. ...link jetzt gerade eingeblendet. Vollgipst ist persönlich. Genau wie die Links zu den Podcasts, die ich eben erwähnt habe. Aber natürlich alles eingeblendet. Zu meinem alten Kanal wurde alles vergibst und fein, ist aber nicht eingeblendet. Ja, natürlich, weil du willst ja deinen alten Kanal namen nicht erwähnen, aber ich soll ein Einblenden. Das ist die beste Idee, die man jemals haben kann. Das können wir eigentlich nicht tun. Die kann man sich sehr schnell herleihen. Ja. Aber das ist ein Geil-Riss. Das wird eh kalt, aber gut. Also, was muss ich sagen mit dem Unboxing, genau. Ist das da? Das ist das, ne? Wurde das eingeblendet? Das ist genau das Mikro-Bass angeblendet. Ich weiß nicht, dass es angeblendet wurde. Genau das. Ich wusste nur, dass es ein Unboxing gab. Was sehr erfolgreich war. Du wirst vom Tower... Ich könnte ihn rein theoretisch... Also rein theoretisch. Rein theoretisch steigen. Ja, weil langsam muss ich ja mal direkt schon abgehen. Oder auch praktisch steigen. Wie schnell der weg war. Also, wie sieht das immer anders aus? Ja, kann ich sehr, sehr stark, der Börs. Die Spiele ja immer mit Twitch. Ich spiele es immer nur Twitch. Und Lux. Oh Gott, da war sie vorher immer Lux und jetzt... Ich hasse es keine Nählinie zu haben. Wir sind nämlich hier gerade alle beim Kimsen. Ja. Schön WM gucken, grillen. Grillen, WM gucken. USW. Macht immer Spaß. Ja, auf jeden Fall. Immer schön Wards kaufen. Wollen wir das echt mal nach der Gruppenphase einen WM-Podcast machen? Das können wir rein theoretisch machen. Wenn wir sowas schon rauskennen, das ist jetzt angekündigt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt müssen wir den machen. Ich habe schon eins von drei Spielen richtig... Aber ohne diesen schlechten Brudel, der hier nicht labern kann. Oh Gott. Was soll das denn heißen? Aber dafür kann der spielen. Ja, ich kann super spielen. Die labern scheiße. Ich kann nicht gut reden, aber ich kann dafür gut spielen. Der labert halt gar nicht. Ich laber wenig. Ja, ist ja okay. Naja, wir müssen ja für die Gameplay zustimmen. Das haben acht Minuten nach fast drei Minuten ist nicht zu beta, ne? Das ist echt nicht so toll. Hauptsache irgendwas kritisiert, ob wir uns selber nicht machen können. Ich hätte jetzt so ein 20er Farm oder so, aber nee, das geht gar nicht. Nee, das ist auch scheiße. Normalerweise hätte ich jetzt so einen 60er, vielleicht. Vielleicht einen 90er. Wenn ich mit Set spiele. Das sind immer diese normalerweise Typen, ne? Kennst du das? Ja, normalerweise. Wenn der Voodoo hier einen hat, den er sehr gut mainet, dann ist es Set. Dann ist es Set. Ja. Den kannst du ja auch nachher nochmal spielen. Und da geht sie down. Der kann ja alles nochmal spielen eigentlich. Ey, der könnte eigentlich mal die kompletten Karas durchspielen. Ja, der war jetzt aber. Wieso hab ich das auf Smart... Oh Gott, Alex. Was denn? Was hab ich jetzt falsch gemacht? Ich hab das auf Smartcast. Äh, hab ich nicht auf Smartcast. Jetzt sag ich das wieder auf Smartcast. Oh mein Gott. Wollt ihr leid? Zack, zack. Ich hab noch gar keinen Smartcast verwendet. Vielleicht soll ich das mal machen. Das ist besser, oder? Die Sache ist, Lars, ich verwende ja selber eigentlich ganz andere Maustasten. Aber ihr müsst wissen, auch der Herr Voodoo spielt gerade mit einer Maus, die man für 2 Euro beim Mediamarkt hinterhergeschmissen bekommt. Das ist super. Das stimmt, Woodoo. Nein, man kriegt 2 Euro, wenn man diese Maus annimmt. Das Problem ist, ich spiele auch mal mit so einer. Und das wird mir nie angerechnet. Ja, das ist doch klar. Das ist mein einziger... Ich spiele damit auch nur 5 Euro Maus mit der ich spiele. Bitte, jetzt diss mich hart. Nein, ich diss dich nicht hart. Der einzige Grund, warum du nicht solche Gamecast raushaust, ist einfach, du hast diese Maus. Ja, genau, so siehst du nämlich aus. Voll der Reim, ne? Krasse. Ja, das ist... Ich will ja erst gar nicht drauf eingehen. Ihr Reim steht super toll. Ja, das stimmt. Ähm... Voll raus. Ich hab auch keine Ahnung, wo das ist. Die Maus, ja, ja, die Maus. Die war beim PC dabei. Das ist voll nett. Und dann hab ich halt damit angefangen, jetzt hab ich mich da so dran gewöhnt. Die hat Angst, dass... Kurz Werbung machen, HP vor so Wunden. Finde ich nervend. Leckt das gerade, oder wie das? Das hat er leckt gerade, weil im Hintergrund immer noch was Großes runterlädt. Dazu wird noch eine Festplatte gewiped und wir nehmen auf. Ja, das passt aber bei deiner Leitung. Genau. Bei deiner Leitung geht ja dir das was für den Wipen ganz gut. Ja, das klappt. Das war wieder so typisch ein Alasko. Ach, vielen Dank. Oh, jetzt gerade ist aber echt irgendwie Bananen-Performance. Also, ne, aber auf einer Banane kann man halt noch besser spielen. Weiß ich nicht. Aber da denke ich mir, schau. Also, eigentlich sind es ja 44 FPS laut Anzeige, aber das sagt irgendwie nicht danach aus. Alter! Ne, das ist 23 jetzt. Das ist weniger. 23, jetzt haben wir wieder 50. Wir können jetzt den FPS-Balken kommentieren. Ja. Das ist ein F-PS-Balken. Das wäre gut. Das ist wunderbar. Das ist ein Gericht. Ja, das ist stabil. Sehr langweilig jetzt. Ja, das dürfte... Das ist ein relativ einfacher... Oh. Gar nichts mehr zu kommentieren. Habe ich zu... Habe ich nicht auf den Tower geachtet und auf meine Minions? Mann, oh Mann. Ne, aber... Ich kann wirklich allen nur raten, defensiv als Akali im Early-Game zu spielen. Und wenn man Level 6 ist. Und wenn man Level 6 ist, knallt man alles. Es ist einfach so. Ey, komm mit. Hättest du dazu nichts, sag ich so klar. Naja, wieder logisch hier. Wollen wir mal die WM ansprechen? Die WM, ja gut. Was sagst du dazu? Ja, Brasilien hat... Boah, jetzt kommen hier die Pro-Dinger. Brasilien hat ja einen Vorteil. Hat aber auch einen Druck, meine Freunde. Das heißt, wenn die... Obwohl ich dachte, letztes Mal, wenn die wegen Kroatien dann hinten liegen, dass die dann noch nervöser werden. Aber irgendwie haben die das dann positiv gemünzt durch den Delfin Neymar. Aber trotzdem... Spanien dachte ich, die wären gut. Sind sie aber wohl doch nicht. Beziehungsweise ist Holland einfach richtig krass zurzeit. Trotz der neuen jungen Spieler. Weil also alle Experten immer so, ja, Holland braucht noch ihre Zeit, bis die mal kommen. Die sind ja noch gerade so jung und so, bla bla, am Arsch. Alles falsch. Oh Gott. Deutschland, man hofft ja immer. Die haben auch ein krasses Team eigentlich. Wenn man überlegt, haben die echt ein krasses Team. Aber mir fehlt da noch so der richtige Stürmer. Und ein anderer Trainer. Das ist aber auch wieder Ansicht. Also, man darf nicht zu offensiv in fünf Leute reinlaufen. Genau, das sagt der Joachim ja auch immer. Nein, der Joachim sagt, das Gras in... Genau, das Gras in Brasilien wächst nicht nur nach oben, sondern auch in die Breite. Ja, und das ist keine Aufleitung. Und da kann man trotzdem noch schön stilen. Ja, das kann man immer als Akali. Mein schönes Stil. Immer schön mit der Cue stilen. Keine Ahnung, taktisches Stilmittel. Taktisches Stilmittel, wie sich das anhört. Hier, wer ist noch Favorit? Mein Lieblingsgeheimfavorit ist ja Belgien. Ja, Belgien. Wenn man sich das reine Team anguckt, haben die ein richtig krasses Team. Wenn man sich dann aber anguckt, wie oft die schon bei WMs und so dabei waren, dann ist das dann doch eher... Knack, knack. Es ist dann doch eher... Ich bin mir nicht sicher, ob die das machen werden. Ich finde, am Anfang der WM kann man das eh noch sehr schwer sagen, wer der Favorit ist. Da kommen immer so ein paar Mannschaften zum Vorschein, von denen man es nicht gedacht hätte. Holland. Ja, zum Beispiel Holland. Ja, sonst Italien ist immer stark. Die sind halt, genau wie Deutschland, eine reine Turniermannschaft irgendwie. Wobei, wenn das... Also ich persönlich spiele... Ja, was machst du erst mal weiter? Nee, mach du ruhig. Nee. Du hast schon so wenig... Ich wollte was zum Gameplay nochmal sagen. Ich spiele meistens mit... Ich spiele meistens mit festgestellter Kamera, weil ich es einfach viel angenehmer finde. Viele kommen damit gar nicht klar. Ich zum Beispiel. Ich komme damit super klar. Das war gut. Ich kann nicht mehr festgestellen. Das geht auch nicht. Nee, das geht echt. Das ist immer viel zu wenig. Das geht super. Ja, gut. Siehst du ja, wie das geht. Dann weiter zum Mega-Geschehen über Fußball. Wen hatte ich angesprochen? Italien. Und genau, das mit den Turniermannschaften. Ich mache es jetzt einfach durch die nächste Kombi. Das wäre jetzt einfach purer Skill? Ja. Mit den Turniermannschaften ist das ja so, dass viele so Experten mal sagen, ja, hier Deutschland, Italien sind Turniermannschaften. Aber im Endeffekt ist das ja eigentlich totaler Schwachsinn, weil die Weltmeisterschaften und die EMs, das sind ja immer nur Turniere. Wann spielt denn die deutschen Nationalmannschaften mal kein Turnier? Das ist ja irgendwie Bullshit. Kills dann auch Easy-Dat-Dat. Doppeltötung. Aber nice. Das ist relativ. Das ist nochmal schönes Gameplay. Das sieht man nicht oft auf unserem Kanal. Das war jetzt selber schuld, dass du so eine Scheiß gesagt hast. Ne, ist das so. Das ist echt so. Ich meine, in DayZ steckt man halt zu 90% im Stein fest. Dann klappt es mal wieder nicht. Das ist auch in der ersten Folge. In der ersten Folge ist das doch ne. Das Teamwechseln. Genau, ja gut. Das Teamwechseln ist auch. Das hat ja noch keiner gesehen. Das Teamwechseln ist aber auch schwierig. Nächste Exklusivereview auf mein nächstes Video. Heute haben wir richtig hier jetzt die Sachen raus. Die Infos. Es gibt drei von Canfinity. Die E3. Oh ja. Ey, das müsst ihr euch angucken. Das war super. Da hab ich die perfekten Kommentare. Die besten Kommentare raus. Wer mal richtige Infos zu an Assassin's Unity haben möchte. Der guckt sich das an. Der guckt sich das an. Ich glaube, es ist ein bisschen später. Ja, drei. Ne, ne. Ich kann einfach mal eine genaue Verlinkung auf den Zeitpunkt reinsetzen. Wenn du das bringst, ah ja. Und mit Akali. Da machen wir noch so ein Einzelvideo draus. Du hast nur diesen Part rausgeschnitten und laden ihn noch hoch. Als Spell. Ja komm, ein Double Kill. Und irgendwann laden wir da in der ganzen, ich hab Probleme im Spiel, ich bleib hängen. Das Spiel lädt mich richtig. Das laden wir auch mal hoch. Kommt noch. Das dauert ja noch ein bisschen. Der Shen wird jetzt 100% sterben. Und eventuell wird noch ein Outtakes Appellation aus den Podcasts kommen. Das sieht momentan recht gut aus mit der Anzahl an Outtakes, die wir haben. Ja, das stimmt wohl. Auch aus dem ersten. Wer den aufmerksam verfolgt hat, wie so viel, hat ja den geilen Cut und das Auslassen von World War Z mitbekommen. Das war auch schon sehr schön. World War Z weiß niemand was. Doch, klar. Ich hab doch am Anfang gesagt, World War Z wird erwähnt im Video. Das wurde nicht erwähnt. Das hat niemand mitbekommen. Das hat aber nicht... Das ist wieder eine exklusive Preview-Game-Hoffer. Jetzt ruhig. Wie ist das denn? Das ist doch schon längst hochgelebt. Das war einer unserer ersten Videos. Mit Akali kann man auch wirklich sein Team alleine carryen. Da braucht das Team nur ein bisschen tanken und du machst den Reist. Das ist ziemlich einfach. Auch ohne, dir steht es ja 11-10 eigentlich gerade. Ja, also. Ja, wir haben ganz sicheres Gegen. Du bist eigentlich voll unnötig. Ja, ich glaube auch. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, dass ich hier mitspiele. Ja, ich soll es einfach aufhören. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die würden alle sterben. Mein ganzes Team würde verlieren ohne mich. Aber hast du es jetzt als nötig angesehen, den Summoners Rift zu ändern? Oder hast du dir gedacht, da sollte man eine neue U-Kon... Nee, die hätten eher was anderes ändern sollen. Zum Beispiel. Irgendwie Champions wie Warwick oder Nuno, die sehen total beschissen aus. Also eher Visual Actions für Champions League. Ja, das finde ich erstmal nötiger. Das ist erstmal nötiger. Oder einfach neue. Unsere Fragen, habt ihr den Twitch-Stream gesehen von den Riot-Leuten? Nee, das habe ich nicht gesehen. Mit denen, wo die Fragen gestellt bekommen haben. Ja, richtig. Daniel hat sich beantwortet, warum die das umändern. Weil, das kann man eigentlich an ziemlich vielen Stellen sehen, dass einfach Bäume da sind. Und man nicht weiß, wie dick ist der Baum jetzt eigentlich. Ja, das ist wirklich so. Und wie dick ist der Baum halt, wenn man einfach nur das Visual wegnimmt. Und dafür soll jetzt das Update auch hauptsächlich sein. Dass sowas eindeutiger wird. Die Bäume. Da sind zum Beispiel Felswände dran gesetzt. Da siehst du genau wie dünn oder dick die sind. Okay, ich dachte jetzt schon, wie dick die Bäume sind. Das ist voll wichtig. Nee, nee, die Felswände. Ja, die wollen ja auch mit den Farben, also mit Blue und Red, wollen ja auch die Gebiete irgendwie in den Farben leicht verändern. Die haben das auch extra gemacht. Jeden, also jeden, ich finde allerdings, die haben auch die große Hexe, die ist hier zu sehen. Ich kann da gleich reinlegen. Ja, das ist doch so ein rundes Ding jetzt geworden. Das ist so ein Frosch geworden, ja. Mega hässlich. Ich finde den auch schon cool. Nee, den finde ich scheiße und den Rest finde ich schön. Den finde ich cool. Echt? Ja, das ist so ein Frosch. Ja, auch Vorsicht, ne, wird hier gerade gesagt. Sehr gut. So. Das ist relativ einfach als Akai. Oh, der Wacken Gameplay, das ist ja echt noch schön. Echt mal Gameplay, das man sich angucken kann, das ist neu. Normalerweise muss man immer... Das nächste Exklusiv auf unser Kanal. Eigentlich ist jedes unserer Let's Plays ein Podcast, wo man nur zuhören sollte. Fast. Jedes. Ich würde mich an deiner Stelle immer schon verbessern. Die kriegst du nicht mehr, oder? Klar, komm, resier die jetzt. Das ist doch mal, jetzt erst recht, jetzt machst du den... Ja, mach ich auch, warte, wenn ich wieder Energie habe, töd ich die. Jetzt haben wir dich voll... Ja, die erste Lutikam, sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Das kriegst du auch noch, wenn die jetzt durchläuft. Ja, scheiße drauf, wie krass. Ach, kriegst du ja eh. Nee, nee, krieg ich nicht. Jetzt richtig greedy werden, na, nicht. Nee, das mach ich nicht, ich hab zu wenig Leben. Hast recht, hättest du verloren. Total, wieso 4200 Gold. Akali Easy Chimp, ja. Ja, ich kenn so viele Personen, die mit Akali total... Achtung. Ach, kill die doch mal eben. Ja, also das... Oh, das war mir ist die Channel. Das war aber kein gutes... Die nehm ich wenigstens mit. Aber nice, weißt du, ich wär da schon 10 Mal dran verreckt. Ich wär einfach weggerannt, oder keine Ahnung. Irgendwie geil. Ja gut, das kann halt nicht jeder. Du hast ja auch schon langjährige Erfahrung. Willst du dir den Stoffbrust du nicht holen? Nee, ich hab irgendwie das Gefühl, es ist unnötig. Naja, ich hab jetzt gleich sowieso meine Armschiene, wenn ich die gestackt habe. Macht die Riven mir sowieso gar nichts mehr anscheinend. Ich fände jetzt schon ziemlich krassen Schaden raus. Hauen, die werden jetzt eh nichts mehr machen können. Wenn die jetzt nicht aufgeben, ich stehe 12-1, wie man sieht. Ich mein, Farben ist weniger toll. Ich spiele in Silber. Ja, schon nur 108, das ist natürlich echt ein Problem. Nein, ich spiele in... Ja, das machen wir mal, meine Kills wieder weg. Arroganz, diese Arroganz, mein Gott. Aber ich bin immer noch kein Robin. Man muss dazu sagen, der Robin ist eine Person, um alle aufzuklären. Der Robin ist eine Person, der sieht seine Fehler nie ein. Ja, Robin, wenn du das hörst, du bist scheiße. Wollte Lars damit sagen. Nein, Robin, wer ist das? Erst das Like. Das kannst du ehrlich festhalten. Du weißt nicht, wer das ist? Nein. Ich will jetzt keinen Nachnamen nennen. Ich kenn nur einen... Ich nenn ihn dann nachher. Okay. Doch, vielleicht kenn ich den wohl. Wir haben ja mal so... Ach, keine Ahnung. Ab und zu, wir sind ja echt viele, die wir uns haben. Und dann ist es besser. Der hat aber Glück gehabt. Ja, Mensch. Ja, schön, die Ulrich auch richtig hingesetzt. Und schon, muss man sagen, dass das war Pura-Skill. Und dort abgießen. Das ist echt... Ich möchte den auch, ich glaube, ich habe mir auch mal hassen, ich will nicht hier eine Kaufempfehlung gegeben. Ich finde gerade nervig, mit der Lulu. Die Lulu. Ja, das ist die, die stört mich hier auch jetzt. Oh, sowas von. Ja, jetzt, komm. Ach, den Shen, den ich dann auch... Wie schnell die einfach nur weg ist. Ja, es ist Kali. Ja, jetzt hast du natürlich den Kill nicht bekommen. Ist natürlich schwach. Ja. Muss man ehrlich sagen. 15-1, was ist das? Also ich würde sagen, ist für die gewonnen, auf jeder Lane fehlt mindestens ein Tower. Hier ist es am Ende. Gegner hat keinen einzigen Tower. Naja, das ist schon ziemlich. 31-15 Kills. Also... Aber... Einfach mal 15 davon gemacht. Ja, und als Riven-Gegner Kali, das ist auch... Also Hillerwood hat genauso viele Kills, wie das Gegner-Team in unseren Kills hat. Und das trifft sich aber auch richtig gut, dass du das jetzt schnell beendest. Ja, weil das Spiel jetzt gleich beginnt. Denn, Freunde... Chile, Australien, der unglaubliche Klassikerin, auf den wir ja seit Jahrzehnten warten. Chile wird sowas von gewinnen. Fast jetzt. Also, es sollte jetzt anfangen, laut Zeit, aber hat man... Komm, lass jetzt mal tippen, bevor das Spiel beginnt. Okay, ich sage... Ich sage 2-0 für Chile. 2-1 für Chile. Ah, ich sage auch 2-0. Da sage ich den Ergebnis. Also, das meine ich jetzt nur, weil der Jarmisch bisher kaum verschätzt hat. Also, der Locken-Logby. Ja schon. 2-1 Spanien, weiß ich nicht. Ja gut, aber ich habe das erste Spiel richtig getippt und beim zweiten hätte der Schiedsrichter nicht so eine Scheiße gemacht. Ja, ich mache auch wieder nichts. Dann hätte es 3-0, nicht 1-0. Dann hätte es 3-1. Das ist das Entscheidende. Egal. Ja gut. Mach ich rüber. Stimmt, das war echt bisher nicht so schlecht, was ich getippt habe. Ich weiß, wer dich tot ist. Die Riven? Ja. Alter, wie weit du dich dahin beamen kannst. Nenn ich es beamen. Doch, beam. Nennen wir es beam. Es ist ein beam. Beam, beam, beam. So, bring es zu Ende. Anstoß findet übrigens wahrscheinlich jetzt gleich gleich statt. Da spiele ich jetzt einmal mit loser Kameras. Es ist einfach besser und ich weiß nicht, was der Lucien da machen will. Alter, der ist jetzt instant tot. Der fällt dauerhaft seine Ulti. Die Lulu weiß ich auch nicht, was die da auch abzieht. Die ist 5 Level unter mir. Ich dürfte die 1-Kombi machen. Könnt ihr euch noch ausprobieren, ob die 1-Kombi machst? Ja, würde ich auch sagen. Oh. So nicht. Boah, wie? Jetzt komm, wir machen Penta. Ne, 1v5-Penta wird er nicht hinkriegen. Dafür ist er nicht viel genug. Und vor allem ich tanke genug. Aber einen reißt er auf jeden Fall noch nicht mindestens. Ah, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich ehrlich nicht gedacht. Sehr gut. So, jetzt bringen wir das Game zu Ende. Ja, das habe ich vor. Ja, gut. Dauer sind weg. Ja, jetzt mal schön in der Situation Sonias einsetzen. Ja, das ist einfach so. Und dann töt ich alle. Das ist, wenn mein Team bei mir ist, das tut. Ja, ich die 20-2. Da können die Gegner eigentlich nicht mehr wirklich spielen. Das WM-Zu läuft aber schon die ganze Zeit. Das ist nicht angezeigt, wie es steht. Viele Themen angesprochen. Das steht nur nicht, wie viel steht. So, da kann ich jetzt auch mal kurz haten. Fuck you, ZDF, ne? Also, ganz ehrlich. Der erste Hate. Es ist so lächerlich einfach, nur wie die das übertragen. Die haben ständig Tonprobleme. Zum Glück hat jeder die neue Kopfhörer. Ja, da sagt er. Ja, das ist ein besonders wiederholen. Da muss ich jetzt irgendwie mal lachen. Ja, wiederhol's einfach mal. Dann sagt er, ja, ich habe jetzt meine Kopfhörer wechselt. Ich hoffe, jetzt ist der Sound besser. So lächerlich. Das ist so ein komplett Gammel-Mikrofon. Das hätte ich mir auch noch. Das ist wahrscheinlich genauso wie meins zu Hause. Ja, die Ulven steht auch viel zu Hause. Lächerlich, ja. Und dafür zahlen wir Geld. Das ist echt so ein Scheiß. Hätte das Sky übertragen, dann wäre das wenigstens hochwertig. Nach dem ist 25 Minuten Gameplay. Sehr nice. Das war... Ich bin von Voodoo, aka Pantheon, aka... Lars. Ja, das war... Jetzt haben wir die Namen geleakt. Noch mehr Leaks heute. Oh mein Gott, noch mehr Leaks heute. Das ist die klöner Folge. Wir bedanken uns für's Zuschauen. Und wir sehen uns dann am nächsten Mal bei K-Infinity. Ciao.